Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu einer Runde Sculling auf der Insel. Bitte gut mal! Guten Tag! Danke! Mach die Tür auf! Bing! Fertig gut angenommen. So, Medical Center. Radio Tower. Radio? Ach, da ganz hinten. Moment. Ach da. Oho. Da gibt es ja so gar keinen Fang. Äh, Fang. So, ein paar Schränke sind hier drin. Da habe ich schon mal eine Tante mal. Oh, schön. Da gibt es einen Masterman. Das war's. Na, super. Können wir uns jetzt den holen, der unten am Haus im Wasser holen wird? Dabei? In der Theorie, ja. Praktisch brauche ich mir jetzt mal ganz kurz ne Waffe. Ich hoffe, hier ist gar keiner. Hier ist gar keiner. Ja, Manu. Ja, ich habe nen Endtracker. Können gleich mal nachgucken. Ich muss den mal ganz kurz den einen hier abschieben. Nein, 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 nein. Ich habe nen Tonfa. Komm her, ich habe ne Tonfa. Ne Tonfa. Ja. Wow. Was machen die? Ich habe 4, 12 macht das. Die hat 5 bis 15. 10% Slow. Nee. Dann bleibe ich noch mal gecraftet naxt. Würdest du nicht haben? Nee. Weil ich habe... Links drauf. Äh, ich habe den Mangler drin. Hinten da, oder? Hinten da ist einer. Der scheint AFK zu sein, oder? Dem Loch. Nach ManTracker? Ah ja, der steht da drin. Oh, das schaffe ich, das schaffe ich kurz. Ich glaube nicht. Na komm, du willst doch sowieso abschrauben. Ich überlege gerade, ja. Ich überlege gerade, ja. Ja, der ist ja nicht mit dem Rucksack gestorben. Also oben noch einer bei... dem Bett. Mhm. Für Hose. Boah, für links, oder? Ich glaube, ein bisschen weiter links, ne? Sondern es hat natürlich... Ist jetzt vollgeheilt und... hat auch 10% Schaden. Hat auch 10% Schaden. Irgendwie hier. Da ist es. Aber so. Zwei. Hinter uns danach dann. Warte, warte, warte. Geh mal nach hinten. Hinter's Haus. Okay, wir sind getrennt. Okay, wir sind getrennt. Was an? Wollte ich nicht besprochen? Nein. Boah, ich weiß nicht. Komm's an. Okay. Okay. Dann nehmen wir mal den Knuckles. Dann ist hier noch ein Rucksack da. Das zum AirDrop gehen. Okay. Hä? Ach der ist da hinten. Kommen wir vorbei. Dann nehmen wir mal den Knuckles. Ja. Wobei... Ich... Oh. In einem Mentrecker. Ein Mannsacker? Ja, im Mansacker. Also nicht da, wo der AirDrop kommt. Lustigerweise wird er mir grad nicht mehr angezeigt als goldener Punkt. Ach nee, kommst du runter? Ja, ja. Na, ich wollte mir grad einen Wohnkracht nehmen. Das so. Oh, Mann, ey. Kannst du den Kratsch nicht mal ausmachen? Ja, doch. Ja, jetzt. Oh, Mann, Mann, Mann. So. Airdrop. Du, 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 du. Dass keiner hierher gekommen ist. Ne. Vielleicht sind sie nur auf dem Weg. Ja, natürlich sind sie dran, ja. Ich hab zwei Speer und ne Bodyammer. Ja. Ja, nehm ich alles. Aber du hast schon Leben. Aber ich hab auch gleich Leben. Das ist ja eigentlich egal. Steck ein, das. Ich hab noch nen Rucksack dabei. Also können noch ne Bodyammer machen. Das fände ich jetzt nicht. Und ich hol jetzt nen Hulifraunner hier drin einfach. Ja, du hast Funk für nen Bodyammer, oder? Hm, ja, ungern eigentlich. Ich hab jetzt noch nie. Ja, kann ich noch. Klar. Ich hab hier den Rucksack hier drin. Und das war nen T3-Bogen. Schon. Hier ist nen Bandage noch. Was machst du? Hm, ich hab nen Stein drauf. Ist auch hier drin. Ja. Ist noch Platz für nen Bandage? Ja. Ja. Verliebt sie. Zack. Auf geht's. Wie viel Funk hast du? Ach, nicht genug. Ich brauche noch 50. Und wenn ich mir meine Axt holen. Hier ist nur... Ne, hier ist Funk. Hier ist Funk. Irgendwo höre ich Funk. Hier ist auch noch Funk? Ne, hier ist immer. Okay. Das hier kannte ich noch nicht. Ne, das ist noch. Der hat sogar Knuckles an. Wie geil ist das denn? Was denn? Der hat Knuckles an. Ach, was denn nicht an, oder was? Ja. Also das ist so ein... So ein Dummy. Das ist ja cool. Das sind die alten... Ja. Die alten Dummies. So sind die auch beim Auspacken von Ludmuss aus. Ich hab seitdem keine neuen Ludmuss gemacht. Ja. Aber sie hatten ja... Stimmt. Sie haben in den Patchen uns geschrieben, dass sie neue Loot Spawns so gesehen einführen wollen. Also Random Loot Spawns. Das wäre was. Was? Das wäre für Airport. Nehmen wir die um. Aber wie sieht's auf dem Scoreboard aus? Oh ja. Noch Potenzial. Oh. Ja, mit dem Kill kann ich meinen Airdrop holen. Haben wir eine T4-Waffe. Ach nee, 40 bringt einer nur noch, ne? Würde? 40 bringt nur noch einer. Eine... Ich hab den Anfang nicht mitbekommen. Ich sage, 40 bringt nur noch einer. In diesem Falle Funk. Ein Kill bringt nur noch 40. Ja, 45 glaube ich. So. Jetzt haben wir's. Ich glaube, so. Auf jeden Fall. Ähm, Pum, sind sie jetzt. Also in vollen Sätzen zu sprechen, hilft ab und zu. Ach, das ist Quatsch. Das... Ne. Das auch sind wir. Das ist viel zu einfach. Hallo? Airdrop irgendwo. Ja. Irgendwo links. Aber rechts sind Menschen. Ja. Beim Airdrop mit Sicherheit auch, aber... Ja. Töten wir die Menschen, die hier nah drin sind. Koleos, da kann ich meinen... ...meinen Bogen nicht ausstehen. Das ist wahr. Hallo Menschen, die hier drin sind. Wo seid ihr? Wir gehen da auf, ob ich's beschließen, sonst muss ich dich töten. Ja, okay. Er hat aber noch die Kiege. Kommst du mal... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ach, ich kann doch nicht callen. Erst in 23 Sekunden. Ähm. Wie viel fangst du? 182, dann würde ich jetzt noch die andere für dich da drin öffnen. Ja, ne, ich würde jetzt warten, bis du da ein Tier 4 auch... Also 182 hast du zum... Was? Nein, nein. Ich kann dir jetzt Sachen... Also, ich muss jetzt noch zwei Sachen verkaufen, dann habe ich zwei Hände erfangen. Genau, das meine ich ja. Voll. Kannst du mir mal irgendwas holen? Oben liegt ein Pfefferspray. So, schon. So, jemand anderes holt auch gerade ein T4, oder? Das ist echt, wenn ich Sachen durch den Boden falle. Wenn Sachen was? Wenn Sachen durch den Boden fallen. So, ich rufe dir den her. Oh, Katana ist da. Kann man was mit anfangen, sagst du? Kauft man eben... ... ... Der T3 bringt wieder 25 Franken. Okay. Oh, auch eine neue Frauenstimme in meinem Airdrop. Ja, das war mir sogar bekannt. Ich glaube, ich habe seither noch keinen gecalled. So, kommt. Bogen, ich will eigentlich nicht mit dem T3-Bogen da drauf schließen. Warte mal. Was denn? Wo denn? Der ist leer. Mein Airdrop kommt schon, habe ich. Achso. Ach, du hast... So kommt er schon, okay. Du hast den Gerufen kommt. Sowohl als auch. Hallo, Mr. Pink. Das ist natürlich nice. Das ist zwei T4-Waffen. Und T3-Bogen. In dieser Richtung. Oh, die Ammo hast du auch, oder? Na, halb. Ja, gut. Weicht ja, hoffentlich. Ja. Immer noch, für die man mit aufpassen, auf jeden Fall. Ja, Wetterstation sind so. Wir laufen jetzt ein bisschen links hin. Wirks haben wir auch alle drei. Ja, die sind ganz gut aufgestellt. Jetzt hat er auch so... Ein anderer hat erst einen Kerl, okay. Mit deiner T4-Rüstung hätte ich was gesagt. Ja, absorbieren tut sie auch das. Sie hält ja einfach nur länger. Das ist richtig. Also, das ist natürlich gut, aber... Das ist ja nicht mehr so stark wie früher. Oh, ernsthaft, ey. Sind sie weggerannt, oder wie? Ach, er läuft hier durch die Seawars, oder was? Oh, Junge, leck mich. Na, haben wir da keinen Bau-Flex? Ne, habe ich nicht. Ob jetzt vorhin, wie das geht. Volltreffer. Da ist doch ein Fangcontainer, oder nicht? Ja, ist es. Das geht nicht im Laufe. Wenn man über die Waffen die Hand nehmen, bevor sie den Bogen aus der Hand schlagen. Vorsicht zur Falle. Ja, da wird gerade aufgepuscht. Hinter dir ist auch einer. Ich habe nicht so gut gekocht. Ja, das ist gut. Es ist Zeit für... ...Piñata. ...in der Floating Crate in der Center Arena, um einen zu find. Voll jetzt ja lieb. Ah. Wir gehen mal Loot-Piñata, ja. ja ja hier wäre noch ein island skin nicht und zwei bandagen ich will eigentlich für mich benutzen das war mir hier war es mir tatsächlich noch beim vorbeilaufen gar nicht aufgefallen weil ich da so auf die gegner fixiert war aber da wo wir die gegner jetzt eben gemacht haben da ist mir da hatte ich gesehen dass das türen drin das getan also die switchen ja gerade alle einige sind links von uns und die anderen sind er ist auch abgeschossen ich fürchte ja dass es auch ein late game airdrop ist weil das zum zum verfolgen von leuten doch ganz praktisch ist das war ganz kurz und noch an den automaten so klein schlinker machen ich glaube ich höre ihn hier bist du das das war ein schöner das war ein schöner ich habe genug so viel ein einzelner das war glaube ich sogar deine pieke die der hatte hier können wir vorstellen es könnte sein er ist also recht geschoben er kostet ja so gesehen nix deswegen da kommt er aber schnell ja ich habe ja nur den bild das ist ein bisschen hochgedreht auf jeden Fall das ist ein bisschen hochgedreht auf jeden Fall da ist da auch noch ein Container? da geradeaus ja aber das hintere Gas ist noch nicht ganz da also die Grands Container sind um einiges weiter ne? also jetzt die anderen und die großen jetzt die rausfahren ich habe nicht genug fangen ja und 99 meins ist noch nicht da können wir nicht husten ich auch nicht könnte ich Glück haben müssen wir hier links nochmal anmachen ne? ne ich glaube er ist in die andere Richtung weg achso ich weiß nicht, das ist die kalte ja er ist nach rechts so kriegt es nicht so ja musste er eigentlich nach links war ja auch also nach links war ja komplett Gas hinter ihm ich habe fast keine Feinde mehr das ist ein Stück wieder voll da hinten brennt er ja dann machen wir die hier auch noch an das kommt nach dem Holzstück kommt schon kommt schon hierher laufen ne? also ach ja so kommt jetzt Gas läuft er da hin? du müsstest das andere nochmal anmachen ich bin zu weit hinten das hier meinst du da wie vor uns das glas kommt ja aktuell nicht weiter ich komme mir gerade gar nicht mehr rein ich hätte gesagt das glas kommt da hinten hat er eine lücke was jetzt mein freund was jetzt jetzt muss er ja jetzt hat er ein problem wieso ist er nicht am husten ich bin am husten er ist schon hinter dir ich hab das gar nicht mitgekriegt wie sind wir hier reingekommen naja er musste ja es war doch links und rechts waren beide container an und da musste er ja rein ich hab ihn nicht mitgekriegt ich auch nicht das war das komische das tut uns wirklich leid glaube ich naja gut aber der war ja auch nur am rennen also wie schneller kunden wir es nicht machen muss man mal ein bisschen alle spielen ja neun kills haben wir wieder geholt war eine richtig schöne runde 900 tatsache ja meine lieben freunde damit endet auch diese wunderschöne runde schaut beim kundenram vorbei macht es gut bis zum nächsten mal tschau 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 tschau